Liebe Gäste, herzlich willkommen hier auf dem Messestand der Babtec. Mein Name ist Jean-Marcel Haupt und ich freue mich, Sie heute zu unserer Präsentation hier begrüßen zu dürfen. Auch von mir herzlichen Willkommen. Lars von Strahlen mein Name, zweiter Messetag, unser dritter Vortrag, gestern schon zwei. Herr Haupt, ich habe gerade gesehen, das erste Vortragsthema ist sofort sehen, was läuft. Hört sich für mich richtig cool an. Was steckt denn dahinter? Nun ja, ging es früher noch darum, wie ich die Daten erzeugen und erheben kann, ist es heute viel wichtiger, aus den vorhandenen Daten auch Informationen zu machen. Die Relevanz der richtigen Informationen für Ihre Prozesssteuerung hat ja auch die ISO 9001 in ihrer Revision 2015 aufgegriffen und fordert die Überwachung von Kennzahlen nun konkret. Und diese Themen sind natürlich auch in die Babtec-Software eingeflossen. Und um Ihnen das ein bisschen näher zu bringen, haben wir zwei Programmmodule mitgebracht, die wir Ihnen gleich ein bisschen näher live zeigen wollen. Und die beiden Programmmodule, die sollen Ihnen helfen, die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt zu bekommen, gebracht zu bekommen und damit dann auch die hoffentlich richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir starten dazu jetzt mit unserem Modul Quality Cockpit. Herr von Schreim, würden Sie einmal in die Software wechseln? Ja, klar. Sekunde. Da bin ich. Babtec Q aktiv. Quality Cockpit läuft und wir sehen jetzt hier das Modul Quality Cockpit. Bei uns in Babtec werden die Kennzahlen per Ampelfarben gekennzeichnet, damit Sie sofort sehen, wo Handlungsbedarf ist. Also hier im Beispiel drei Kennzahlen, die in grün dargestellt werden. Grün heißt alles gut, müssen nichts tun, läuft, Ihre Prozesse sind grün. Gelb haben wir auch mitgebracht, vier KPIs, Kennzahlen, die dargestellt werden. Ja, da bahnt sich vielleicht was an, aber so richtig Handlungsbedarf habe ich noch keinen dabei. Aber den roten, den sollten wir uns jetzt direkt angucken, ne? Genau, genau. Hier die Kachel rot, da, Reklamationsmanagement. In dem Prozess stimmt irgendwas nicht. Rot, Ihre Grenzen, Ihre eigenen KPIs. Wenn wir jetzt ein bisschen mehr wissen wollen, was denn so dahinter steckt, dann kann ich hingehen und einfach einen Doppelklick ausführen und sehe jetzt hier die Unterkennzahlen des Prozesses Reklamationsmanagements. Und die Unterkennzahlen haben auch wieder eigene Skalen, eigene Ampelfaktoren. Und wenn ich jetzt dann noch mehr wissen will? Okay, noch mehr wissen heißt, ich will vielleicht etwas mehr Informationen über die Lieferantenreklamation haben, dann kann ich auch hier wieder einen Doppelklick ausführen, wie gerade auch. Und jetzt bekomme ich wirklich Details der Details, also die Einzeldatensätze, die dazu geführt haben, dass im Reklamationsmanagement im Bereich der Lieferanten irgendwas nicht koscher ist. So kommen wir also von der Hubschrauberperspektive der Prozesskennzahlen bis hin zum einzelnen Datensatz. Genau, genau so ist es, ja. Wir sehen hier Schraubenmeier, unser Lieferant, der ist ein bisschen präsent mit Reklamationen. Ich glaube, den sollte ich mal anrufen, ne? Ja, tun Sie das, aber bevor Sie da anrufen, Moment, Moment. Es ist ja vielleicht gut, jetzt ein bisschen mehr zum Schraubenmeier zu erfahren. Natürlich könnten Sie jetzt unser Reklamationsmanagement starten, in den Filter gehen und alles für den Schraubenmeier raussuchen. Sie können in unser Auftragsmodul gehen, sich alle Warenengänge anzeigen lassen mit Prüfentscheid für den Schraubenmeier und danach, was haben wir noch, geben wir ins Modul Audit und Sie lassen sich vom Audit alles anzeigen. Das geht, ja, wunderbar. Das geht seit Jahren. Aber ab heute gibt es einen neueren und besseren Weg, an all diese Informationen zu gelangen. Ja, mit unserem neuen Modul, dem Q-Navigator, finden Sie zu einem Suchbegriff Vorgänge aus allen Modulen der BAPTECH-Software. Ja, soll ich aufmachen? Ja, das wäre mal sinnvoll. Wir wechseln jetzt das Modul. Wir waren jetzt im Quality Cockpit. Ich mache das zu und jetzt gehe ich in unser niegelnagel neues Modul Q-Navigator für die Messe mitgebracht. Und der Q-Navigator erlaubt Ihnen jetzt eine Suche in der Breite der Software. Ich bleibe mal bei dem Beispiel. Ich gehe in meinen Adresskatalog, suche mir über meine Schnellsuche den Schraubenmeier aus. Da ist er. Und für diesen Schraubenmeier kann ich jetzt mit einem Klick meine systemweite Suche in Gang setzen. Verstehe ich das richtig? Jetzt wird live die gesamte Datenbank durchsucht und Schraubenmeier gesucht in allen Vorgängen? Genau. Also man muss jetzt nicht mehr die einzelnen Module starten, sondern die einzelnen Suchergebnisse werden jetzt auf Mausklick erzeugt. Man sieht das. Ich kann die verschiedenen Suchergebnisse hier anklicken, die verschiedenen Module mir anwählen. Und in den verschiedenen Modulen sehe ich dann die gefundenen Datensätze für den Schraubenmeier. Und was ist jetzt an der Stelle mit den individuellen Benutzerrechten, die ich ja in der BAPTECH-Software für alles vergeben kann? Klar, wichtiges Thema, ja. Also der angemeldete Benutzer sieht natürlich nur die Suchergebnisse, für die er auch Benutzerrechte besitzt. Also hier wird nichts veröffentlicht, was er nicht sehen darf, sondern es ist ganz zielgerichtet für den einzelnen Benutzer. Sehr gut. Neben der Suche nach einem Adressfalt, was der Kollege gerade schon gemacht hat, lassen sich natürlich die Suchergebnisse über weitere Parameter wie einen Zeitraum oder eine Kombination mit einem Artikel weiter einschränken. Ja, und die gleiche Funktion, die wir dann schon hatten, Klick, führt dann auch mit den neuen Suchparametern zu den Suchergebnissen. Also hier, was ganz pfiffig gelöst ist von unserer Entwicklung, man sieht immer direkt dann im Reklamationsmanagement, habe ich 40 Treffer gelandet für meinen Schraubenmeier. Also hier wird wirklich dann nochmal gezählt, was denn für den Schraubenmeier da so gefunden wurde. Ja, und jetzt sehe ich hier schon die ersten Details in der Listenansicht, wenn ich jetzt noch mehr wissen will, wechsle ich ins Modul Reklamationsmanagement und habe dann alle Details direkt zur Verfügung. Ja, das können Sie so machen, aber es gibt einen einfacheren Weg. Also Sie brauchen das Reklamationsmanagement gar nicht zu öffnen an der Stelle, sondern Sie können, egal in welcher Karteikarte Sie sich befinden, einfach per Doppelklick jetzt den verknüpften Datensatz öffnen. Also jetzt bin ich vom Q-Navigator per Doppelklick noch tiefer gegangen und habe jetzt den Einzelvorgang hier und kann mich jetzt wirklich in die Tiefe informieren. Okay, er liebt die schnellen Wege. Jetzt könnten wir von hier aus auch noch bis in einen Wareneingangsprüfauftrag wechseln, weil diese Reklamation wurde jetzt automatisch bei einem Wareneingang angelegt, weil es einen NIO-Wert gab. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, ging aber auch. Was könnten wir denn machen, wenn ich jetzt zum Schraubenmeier hinfahre und da dann überhaupt keinen Zugriff auf meinen Babdeck habe? Okay, okay. Habe ich auch was mitgebracht? Ich gehe nochmal zurück, also vom Reklamationsmanagement wieder zurück in den Q-Navigator gesprungen. Und hier habe ich jetzt eine Standardfunktion. Das kennen Sie alle oder die, die Babdeck kennen, kennen das. Und zwar gibt es Standardberichte, die wir ausliefern. Und hier gibt es halt einen Standardreport und dieser Standardbericht listet mir jetzt alle gefundenen benutzerbezogenen Datensätze auf. Und hier greifen jetzt auch wieder die Standardfunktionalitäten innerhalb des Berichtsdesigners. Das heißt, ich kann Berichte als PDF exportieren, per E-Mail schicken, Excel draus machen. Das ist so der Klassiker, den alle unsere Kunden jetzt schon seit Jahren nutzen. Also scheinbar hat auch hier unsere Entwicklungsabteilung an alles gedacht. Ausnahmsweise oder was klingt da so durch? Nein, 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 das tun die sehr häufig. Das stimmt. Lassen Sie uns nochmal kurz die Zusammenfassung anschauen. Was haben wir heute gesehen? Was haben wir gesehen? Darf wir nochmal zurück zu PowerPoint. Wir sind eingestiegen und haben initial uns das Quality Cockpit angeschaut. Das Quality Cockpit ist das Modul, was Ihnen neben den normalen Pivot-Auswertungen, die Sie schon ganz lange kennen, in Anführungszeichen richtige Kennzahlen, richtige KPIs anbietet. Mit Ampelfaktoren, mit automatischer Aktualisierung, mit Dashboards, die Sie sich individuell benutzerbezogen zusammenstellen können. Das heißt, Ihre richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt kommen zu Ihnen. Ja, und dann haben wir noch navigiert. Mit dem Q-Navigator haben wir zu einem Suchbegriff einem Lieferanten aus den unterschiedlichen Babtech-Modulen Vorgänge gefunden und konnten dann auch bis in die Tiefe da rein navigieren. Für den Q-Navigator, ich habe schon ein paar Kunden gesehen und auch Wartungskunden gesehen. Den Q-Navigator gibt es dieses Jahr für Wartungskunden zum Einführungspreis. Also gehen Sie auf die Kollegen zu, die helfen Ihnen gerne weiter. Die helfen Ihnen natürlich auch weiter an jedem der Rechner hier, wenn Sie ein bisschen in die Tiefe gehen wollen. Was steckt genau unter dem Quality Cockpit? Wie funktioniert das? Und was kann der Q-Navigator noch? Wir würden uns freuen, wenn wir da noch ein bisschen mehr Zeit mit Ihnen verbringen dürften. Ja, wir hoffen, wir konnten Ihnen erstmal einen kleinen Einblick in unsere Software liefern. Zum Thema Reklamationsmanagement haben wir nachher um 14 Uhr noch einen spannenden Vortrag. Da erzählen wir Ihnen so ein bisschen was über unsere Cloud-Lösungen für das Reklamationsmanagement. Und für alle, die Ihr Glück noch ein bisschen in die eigene Hand nehmen wollen heute, füllen Sie eine Loskarte aus. 14.30 Uhr ist dann, oder nach dem Anschluss 14.20 Uhr, wir sind schnell heute. Also nach dem Vortrag gibt es dann auch noch eine große Verlosung. Ja, man kann eine GoPro gewinnen, eine coole Action-Kamera, eine Xbox One kann man gewinnen oder eine Powerbank. Also es lohnt sich vorbeizukommen. Wir verschenken sogar Sachen vorher. Also man muss noch niemals Losglück haben. Wir würden uns freuen, Sie wiederzusehen. Danke für Ihre Zeit. Und viel Spaß erstmal noch heute auf der Messe. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.